Mit Punkten oder mit Abschüssen? Ja, ich kommt drauf an, ob du auf DNA gehen willst, dann spielst du halt nur Drohne und Systeme. Aber wenn du halt auf Killstreaks gehen willst, dann machst du halt mit Warpwirt und Paladin halt. Oder Geschütze oder je nachdem halt. Also wenn Geschütze Kills machen, kann ich auch Abschüssen und so bekommen? Genau. Cool, geil. Deine Mutter, genau. Was ist das für eine Waffe? Nein, gewickter Tzschi. Mann, bist du weh in das? Ich bin doch dumm im Kopf. Die wollen mich doch verarschen. Ich schieße auf einen, er springt direkt in die Schussbahn. Ich schaffe ein Kilo, fliege ich raus. Ich schaffe eine Granate, er springt in die Granate rein. ... ... ... ... 1.5 Punkte Was ist eure Lieblingswaffe? Ich finde die Ball geil Ich warte schon immer die ganze Zeit, dass ich die Obsidium-Steal irgendwie rausbekommen habe Das war noch keine Verbesserung für die Ball Ha? Die Obsidium-Steal? Für die Ball habe ich schon nichts bekommen Nett oder? Aber das macht sie ja ja, frohes Campen am Hä? Wie? So, das war's mit den Campern So Okay Okay Schlup Was? Er ist nicht gestorben? Er ist nicht gestorben Er ist nicht gestorben Er ist nicht gestorben Er kämpft im Ernst Was für ein Trottel Ich kann mich nicht bewegen Ich kann mich nicht bewegen Ich kann mich nicht bewegen, gar nichts Bist am Schreiben vielleicht? Oh Eben Oh Co Naja, genau Deine Mutter verstehst du? Ja Ja, das komisch Der macht doch alles aus der Luft, ne? Phoenix Töter Wie schreibt man? Ich drücke jetzt auf Schreiben Mit Z Bei mir ist es Y Ja, Z ist für alle und Y Team Meine ich, das ist bei mir Z, C, drücken und so Y Mann, dieser Warbird, ey Sack Wir verlieren B Wir haben Bravo verloren Genau Ja Was? Ich geh zur Ahnung Hä, was willst du? Keine Ahnung Keine Ahnung Ich hab keine Ahnung, Juli Ja, was fragst du mich dann? Hä, was willst du von mir? Hä, was willst du von mir? Ich auch nicht Ich bin voll auf den drauf, ne? Der frisst aber wie seine Mutter, ohne Scheiß Hm Obliebe ist mal gut für mich Hä, hä, hä Ah, und Gold bekommen Ja, na, ich hab grad nur Molk gespielt oder so Ja So, jetzt könntest du schon wieder alles rein tun So, jetzt könntest du schon wieder alles rein tun Hütze auf, bitte Was? Hm, lass doch mal deine Schwester rein setzen Komm Leg dich ein wenig ins Bettl, wenn du Langeweile hast Schau ein bisschen wahren zu und gut, jetzt komm lass mal Samira hin setzen Du sitzt ganz Zeit hier Gut, gut Sonst geht's ins Bett Überlegst du Drei Zwo Eins Deine Geil Brett Sie mir An so ein bisschen nervig ist, dass du nach jedem Prästigströcken halt die ganzen Absetzungen freischalten musst du? Echt? Jaja Scheiß Richtig belassen Nein! Ich schießt gegen eine Wand GG Okay, der Kampfer ist richtig Bloop Wie findet ihr die AK12? Noch nicht ausprobiert Ist richtig geil Ist jetzt eigentlich nur mit der Bar gespielt Ich spiel nur mit der AK12 Ich find die ist richtig geil Hey was ist das denn manchmal? Kotzen Unter Melkow, wie kämmt einer? Wir haben A verloren Hohoho Schon wieder auf einem Haufen standen Der Feind nimmt Charlie ein Wir haben A verloren Hohoho Der Feind nimmt Charlie ein Am Ende Ich bin voll drauf Aber den krieg nie an uns Genau Ich bin voll drauf Ich bin voll drauf ja und durch die Wand so ein Doppelkind nachdem er von hinten der ne das hat mir grad nix er mindestens ein kontroller zerstört genau er hat ja mal so einen einfachen Livestream von der Fütte Advanced Warfare gemacht und irgendwann hat er im Stream seinen Controller zerstört er hätte ihn einfach auf den Boden geschmissen oh man er schießt die ganze Zeit er trifft auch, aber die ganze Zeit einen Hitmarker, da wird er gekillt dann rastet er richtig aus und schmeißt ihn auf den Boden dann sieht man in 5 Minuten nicht denn irgendwann springt er aus seinem Bett und holt aus dem Schrank einfach einen neuen Controller auch nicht schlecht oh wie geil das war richtig geil wenn man Geld zu viel hat, ne? ja vor die Hinten ja vor die Hinten genau ja vor die Hinten genau ja ich will nicht ach deine Mutter ist rausgeflogen Gott sei Dank oh 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 Als einer von euch war sorry Eiskalt Ist das wieder ein netzer Abschnitt angezeigt? Ach du Scheiße Egal wir haben gewonnen Nice